Das sieht doch besser, gell? Wenn sie so am Anfang rauskommen, fressen sie jeden grünen Scheiße, Evo und alles. Dann haben sie oft auch erstmal durchgefallen. Aber dann halten sie auch Karotte und stuhlen sie an. Dann ist es soweit wieder im Krieg, gell? Ja, ich bin im Bett. Ja, ich bin.